Bei den eisigen Temperaturen der letzten Wochen kommt man schon langsam in Winterstimmung und am 27. November ist doch schon der erste Advent, noch knapp fünf Wochen bis Weihnachten. Und wer besonders vorbildlich seine Geschenke rechtzeitig kauft, der hat bestimmt auch die Chance auf dem Alpgold-Adventsmarkt am Wochenende in Trochtelfingen genutzt.